Christina und Luca Henni erwarten schon bald ihr erstes Kind. Das ist aber nicht der Grund, warum das Paar sich derzeit nicht näher kommt. Bei Christina Henni und ihrem Mann Luca Henni liegt der Fokus gerade voll und ganz auf dem Baby und der Geburt in wenigen Monaten. Und das hat auch Auswirkungen auf die Ehe der beiden, wie sie nun in der dritten Folge ihres neuen Podcasts Don't Worry, B. Henni verraten haben. Christina Henni erteilt Luca Kuss Verbot, aus diesem Grund. Am Anfang jeder Folge verraten die beiden, was ihre Highlights und Lowlights der Woche waren und gerade bei Christina fällt die Wahl da sehr leicht. Am meisten gefreut hat sie sich über das Wiedersehen mit ihrer Schwester, mit denen die Hennis in diesem Jahr Ostern verbracht haben. Wenig schöner ist dagegen die Erkrankung ihres Mannes. Der Sänger hat sich nämlich eine starke Erkältung inklusive entzündeter Mandeln zugezogen. Und das hat direkte Folgen für beide. Denn durch die Erkrankung gibt es nun schon seit eineinhalb Wochen ein Kussverbot im Hause Henni. Weil ich mich nicht anstecken möchte und auch wegen des Babys nicht anstecken sollte, erklärt die 34-Jährige. Bisher klappe die Liebe auf Distanz auch sehr gut, so Christina weiter. Luca Henni scheint die Kussfreizeit deutlich mehr zu stören. Allgemein Zärtlichkeiten sind gerade ein bisschen runtergeschraubt, beschwert sich der 29-Jährige mit einem Augenzwinkern bei seiner Ehefrau, betont dann aber. Wenn sich in meinem Mund da was entzündet hat, dann brauchen wir wirklich nicht küssen. Du bist ja schon so, dass du gerade immer gesund bist und ich will das nicht riskieren. Mittlerweile haben die beiden das Kussverbot aber aufgehoben und dürfen sich wieder näher kommen, wie Christina bei Instagram verraten hat. Luca Henni veröffentlicht Lied für sein Kind. Aber nicht nur auf die Beziehung der werdenden Eltern hat der Nachwuchseinfluss, sondern auch auf den Beruf. Wie Luca Henni in dem Podcast verraten hat, hat er einen Song für sein Baby geschrieben. Jedes Erlebnis versuche ich in einen Song zu packen, so der Sänger. Einen ersten kurzen Einblick in Zeilen für dich gibt es bereits. Darin singt der Schweizer unter anderem Ich will für dich der beste Papa sein. Diese Zeilen sind für dich, ich schreib sie dir, bevor es dich gibt, denn ich hab dich jetzt schon lieb. Der komplette Song wird am 10. Mai veröffentlicht.